Herr Olenischak, warum ist es wichtig für euch bei so einer Veranstaltung dabei zu sein? Also für uns ist es immer wichtig, wenn man Kunden, Partner treffen kann in der Branche, um sich zu vernetzen, unser Dienstleistungsangebot, unsere Kunden zu präsentieren und vor allem einmal wieder unsere Partner zu treffen. Super, vielen Dank, viel Spaß noch mal an der Veranstaltung. Ja, wir sind am Stand von Hottenroth, die Natascha Kalbar ist neben mir und sie berichtet uns heute mal, was gibt es aktuelles bei euch an der Herbstveranstaltung an eurem Stand zu sehen? Was gibt es bei uns zu sehen? Ich habe mitgebracht einmal den Heizungscheck, der wird nächstes Jahr ganz interessant für alle und ich habe mitgebracht das Thema hydraulischer Abgleich im Bestand und das kann man sich heute bei uns anschauen. Super, prima, dann schicken wir ganz viele hier vorbei, der Saal füllt sich und es geht gleich los. Eine Frage, warum seid ihr hier, warum sind so Veranstaltungen für euch wichtig? Ja, weil wir glauben, dass unheimlich hoher Aufklärungsbedarf im Thema mit neuen Energien, Wärmepumpe, was die Politik dann ja ab 2024 auch vorschreibt. Weil wir merken doch, dass eine hohe Unsicherheit auch im Fachhandwerk da ist und deshalb glauben wir, dass es unheimlich wichtig ist, bei solchen Veranstaltungen dabei zu sein, um eben auch hier mit beizutragen, Aufklärung für Aufklärung zu sorgen. Also das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir doch draußen immer wieder erleben, dass unheimlich viel Unwissenheit da ist und da nutzen wir eben die Gelegenheit hier und heute auch und dafür sind wir auch sehr dankbar. Super. Super, vielen Dank und viel Spaß. Ja. Richtig. MACHE MACHE MACHE